Hi, ich bin der Günther. Ich hausse mal, Bruder. Danke dafür. Willkommen zu einer neuen Folge von Super Luigi Galaxy. Ihr seht es, wir haben 113 Sterne mit Luigi. Und es steht uns noch eine einzige Galaxie bevor. Das Ziel ist, in dieser Folge diese letzten 7 Sterne zu sammeln. Auch wenn die Folge davon vermutlich länger wird. Ihr seht es hier auf der Karte. Überall, alles Kronen. Außer hier, einmal im Loft. Die wohl schwerste Galaxie im Spiel. Meiner Meinung nach vielleicht tatsächlich der Reihe. Wenn man jetzt mal von dem kompletten Ende der Mario Galaxy 2 von der Hüpfwelt-Galaxie von sowas abzieht. Aber das ist auf jeden Fall nicht leicht, was uns jetzt erwartet. Das kann ich euch versichern. Feuereruption. Wie immer gibt es 3 reguläre Sterne, 1 Secret Star, 1 Secret Star. Ne, das geht gar nicht. Warte, hä? Es fehlen 7 Sterne. Es gibt 3 reguläre Sterne, 1 Secret Star, 2 Kometen. Und ein Komet überforderer Kuppel. Oh. Überwinde den Feuerkessel. Ich vergesse immer diesen scheiß Gourmet-Luma. Wir werden das hier sowieso beim lila Münzen-Komet noch erkunden. Deswegen mache ich hier ein bisschen schneller, weil wir wie gesagt ohnehin relativ viel heute vorhaben. Ich glaube übrigens, dass ich nicht erklären muss, dass ich das auch der Match-Boost, der mich langsamer gemacht hat, effektiv. Dass ich das eigentlich nicht erklären müsste, dass Feuereruption eine... Da kommt so ein Zeug. Dass Feuereruption eine Lava-Galaxie ist. Überraschung. Captain Obvious ist wieder am Start. Hier könnten wir uns jetzt fallen lassen. Wir können uns auch in den Vulkan fallen lassen. Das mache ich kurz, um es zu zeigen. Ruhe, her mit der Scheiße. Ruhe. Tschüss mit der Scheiße. Ich bin dann mal weg. Ah ja, stimmt. Ich glaube, hier kommt ja sogar schon der... Gourmet-Luma. Genau, wir haben bestimmt genug. Ich bezweifle, dass der mehr als 80 will. Oh. Aber okay, bin halt auch komplett durchgerusht. Na dann? Verwandle dich mal in den Planeten. Also es kann auch sein, dass wir das nicht schaffen, in einer Folge das alles hier zu holen. Weil, wie gesagt, die Sterne sind teilweise halt auch noch dazu relativ kompliziert. Also Silbersterne, ihr seht's. In einem Planeten, der immer wieder in Lava getaucht. Weil das in dem Planeten wäre, hättest du ein großes Problem. Okay, das habe ich auch, wenn ich hier chillen muss. Ah, fuck, ich werde sterben. Da geht's nicht lang. Ich bin tot. Ich lebe. Äh, das war nicht knapp. Das sah nur so aus. Ich gehe hier gleich weiter. Ja, ich würde schon gerne hier draufstehen. Ich muss halt jetzt gucken, dass ich hier alles finde. Hier geht's lang. Da hinten sehe ich noch einen. Da geht's offensichtlich hier entlang. Was? Ja, das ist schon vier. Ich dachte irgendwie, ich hätte erst drei gehabt. Yolo. Ach so, der ist noch näher als ich dachte. Ich dachte, ich müsste Damage boosten. Nee, dann nicht. Dann nicht, dann haben wir den ersten so. Also dann. Secret Star. Lava-Gezeiten. Abgeholt. Das saven wir. Und gehen weiter. In die erste reguläre Stage, die wir diesmal wirklich spielen. Stimmt, ich überlege gerade. Man kann doch mit Luigi da bestimmt was schießen beim Feuerkessel. Hier an dieser Stelle. Da kann man doch bestimmt irgendwie was schießen. Aber vorher müssen wir logischerweise erst mal wieder dahin. Wie gesagt, diesen ersten Planeten hier, das ist der, auf dem dann alle lila Münzen sind. Den werden wir noch genug erkunden. Geht mal aus dem Weg, ihr nervt. Der, 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 der hat mich definitiv nicht langsamer gemacht. Ja, jetzt war es schwerer gewesen. Ja, aber noch besser als, äh, irgendwie warten. So, dieses Mal wartet hier gar nicht. Die Dinger sind sowieso da. Der Vulkan explodiert auch in jedem Fall. Dich brauche ich diesmal nicht. So, und jetzt geht's an Greifsternparcours. So, ich wollte gerade sagen, hier kommt doch bestimmt ein Feuerball. Was ein schwerer Max-Kraftpilz. Wie soll man den nur bekommen? Er ist so schwierig. Äh, hallo. Nimm das Ding. Das ist auch eine ganz komische Stelle da. Die haben sie irgendwie gerne hier. So, da sind ein paar Sternteile in der Lava. Aber, äh, was würdet ihr, äh, sagen, wenn ich euch erzähle, dass man wirklich diese gesamte Stage von vorne bis hinten in einem Risikokomet spielen muss? Ich sagte hier, wie er einem nix geschenkt und das meine ich auch. Das ist der wohl schwierigste Risikokomet im Spiel. Und jetzt kassier ich einen Hit. Oder auch nicht. Doch. Der Resch-Bust. So, damit sind wir beim Feuerkessel selber. Jetzt sind wir im Ernst. Die ganze Stage ohne Gegentreffer sonst nochmal ganz von vorne anfangen. Das ist schon echt extrem. So, hier kippen die Plattformen weg. Hier kippt das alles weg. Wir sollten uns, denke ich, etwas beeilen, weil diese Stütze kaputt geht. Und der Lava gefällt das nicht. Äh, der Lava gefällt das ja, die wir jetzt gefüttert. Als ob hier sogar so eine Höhle ist. Das ist ja gedacht, um abzukürzen. What the fuck ist diese Stelle? Ey, es ist... Das ist aber da rechts. Da rechts? Ja, da kommt es nicht direkt damit nach oben. Ach, der ist hier schon... Ja, jetzt bin ich tot. Ne, noch nicht. Ich dachte, da rechts würde ich wieder da landen, wo ich vorhin schon war. Das muss ich mir merken. Ich kannte die Stelle gar nicht. So, hier kann man natürlich walljumpen. Und dann einen Stern holen. Ja, ich hab mich halt schon noch sehr auftreffen lassen. Das darf im Kometen dann nicht passieren. Ich weiß gerade auch nicht, inwiefern die anderen Stages länger oder kürzer sind. Die dritte ist ziemlich sicher kürzer als die erste. Die zweite weiß ich nicht. Die zweite wird auf jeden Fall auch nicht gerade angenehm. Der Gourmet-Luma ist gespawnt. Für den haben wir inzwischen genug. Der Komet ist noch nicht da. Dann sollte der nach der Stage jetzt mal auftauchen, damit nach der dritten dann... Also entweder der lila Münzen-Komete oder der andere soll nach der Stage jetzt auftauchen, damit nach der letzten dann der andere der beiden Kometen auftauchen kann. Äh, übrigens, falls der Level-Name es nicht gesagt hat, hier gibt's eine Tyroiden. Und was der Level-Name wirklich nicht gesagt hat, hier gibt's einen fucking Sternball. Yay! Sternball ist so toll. Und ein paar Meteoriten. So, was muss man hier machen? Man braucht... Ähm... Danke, du geil... Alter, diese Säule. Man braucht hier... Den... Den Kek, damit er einen hier... Hier hast du mal Feuer, so ungefähr. So, und jetzt verpiss dich. Er hat gesagt, ich verpiss mich. So machen wir's. Hier denke ich mir immer, das muss man doch irgendwie cheesen können. Aber... Anscheinend nicht. An denen kann man nicht Walljumpen. Ja, ich wollte's nochmal testen, ob's vielleicht nur mit Mario nicht geht. Ähm, ich wusste natürlich, dass ich das überlebe. Das war auch nicht knapp, also... so ein bisschen Abstand. Und weiter. Ähm, sehr gut. Ich sollte mich vielleicht nicht nochmal treffen lassen, sondern weitergehen. Ich glaub, das ist dann auch schon... Nee. Ich dachte, jetzt käme die letzte Stelle. Aber stattdessen... Man muss hier überall irgendeine Scheiße sammeln, das wollte ich nicht. Ob man's mir glaubt, oder nicht, ich wollte mich nicht treffen lassen. Wahrscheinlich blöd, so zu laufen, weil der Sternring sowieso da hinten spawnen wird, deswegen lass ich das Ding auch erst entliegen. Die Stage wär halt noch toller für Snowhint spielen müssen, glaub ich. Aber Sternballer gibt da halt dann nicht so viel Sinn irgendwie. Weil bei Sternball verliert man, wenn man runterfällt. Punkt. So, jetzt kann ich hier das Ding vorne holen. jetzt stopp mal. Wenn der jetzt doch... Danke, wenn der jetzt doch woanders gespawnt wär, hätte mich das ein bisschen abgefuckt. Hallo? Da ist noch mehr, Alter, noch mehr mit Heroiden auch. Sag mal, so lange hatte ich die Stage nicht in Erinnerung. So, auf dem Weg mal ein, zwei von den Kichern wegmachen, wenn mich weniger nerven, wenn man, wenn ich, wie man schon sieht, hier in Kugelbilly rübertransportieren muss, ist ne gute Sache. Ach, scheiße, Alter. Warum müssen da auch so Wände gesetzt sein? also, aber wir haben inzwischen schon ziemlich viele von den Viechern aus dem Weg geräumt. Wir dürften eigentlich, was Platz angeht, keine Probleme mehr bekommen. Also, irgendwie bedrängen von anderen Gegnern hier, als dem Kugelbilly. So, und das Ding ist zumindest groß genug, dass der das eher weniger verfehlen wird. sind wir jetzt beim Sternball mal langsam. Danke. Ah, das wird spaßig. So, geht schneller. Ja, die Meteoriten geben einem gutes Stück Knockback zum großen Knockback. Ich glaube, eigentlich geht man hier ein bisschen langsamer durch, aber schnuppe. Hier sind übrigens die ganzen ausgestatteten Lagerflachen die gerade eben gefehlt haben. Ja, und irgendwie habe ich erwartet, dass das ein größeres Problem wird. Hä? Ich war jetzt ja gefühlt keine 20 Sekunden überhaupt auf dem Stern Ball drauf. Ich meine nicht, dass ich mich beschweren will, ne? Ich bin froh, wenn ich das los bin. So, ich glaube, irgendwie jetzt wird ein Komet gespawnt sein. Wäre ja auch nur sinnvoll. Ich fände es halt irgendwie ganz cool, wenn der Risikokomet als Zweite spawnt, aber ich bezweifle es stark. Ja. weil dann wäre der letzte Stern hier neben dem Gourmet-Luma-Ding vor der Kuppel und wäre halt und das ist halt vermutlich so der schwerste Stern in dem Spiel, würde ich tatsächlich sagen. Das würde ich jetzt einfach behaupten, dass das hier der schwerste Stern im Spiel ist. Weil wie gesagt, wenn es nur dieser letzte Planet wäre, dann ginge es noch. aber es ist wirklich die gesamte Stage. Jeder einzelne Abschnitt. Nichts wird ausgelassen. Toll, da steht so ein Text, willkommen in der Galaxie. Ich sehe hier nichts und niemanden, der ein Willkommen heißt. Den Text. Außer den Text. Also, hier ist das Problem. Ihr habt ja auch bemerkt, ich habe mich schon ein paar Mal treffen lassen beim ersten Mal durchspielen. Das darf ich logischerweise jetzt nicht mehr. Ich muss mich jetzt auch fokussieren, da werde ich ein bisschen weniger Commentary machen. Weil hier soll halt echt nichts schief gehen. Das ist fucking schwer. Oh, der Gomelu ist nicht da. Was eine Überraschung. So, kurz abwarten. Ich weiß halt auch nicht, inwiefern der Schweif von diesen Feuerbällen noch eine Hitbox hat. Aber hier mit so einem Timing bin ich auf jeden Fall ganz sicher dabei. Überraschenderweise ist auch der Max-Kraft-Pilz im Komet entfernt. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Das ist übrigens ziemlich sicher ein Ufo vom Design her, könnte das Ufo aus der Intro-Sequenz sein, da wäre aber die Frage, warum liegt das hier? Das ist übrigens auch sehr schön. Das ist übrigens ein Ufo-Sequenz. Ich glaube, es ist eigentlich ein Ufo-Sequenz. Das ist übrigens ein Ufo-Sequenz. Das ist übrigens ein Ufo-Sequenz. Ich bleibe auch dabei, dass hier der Beyblade-König da der einfachste Boss im Spiel ist. Dabei könnte es so leicht mit ihm sterblich zu sein. Tja. So. Und auf zum letzten Abschnitt. Letztes Mal wurde ich hier nur getroffen, weil ich eben den Weg weiter nicht gesehen habe. Wenn wir das an sich nochmal genauso machen, nur diesmal direkt den Weg nehmen, müssten wir eigentlich gut dabei sein. Also dann, Fokus. Ja, ich habe irgendwie unterschätzt, wie hoch das geht, das Secret. So kommt man hier übrigens eigentlich hoch. Und nicht mit Damage-Boost, falls ihr euch das noch nicht gedacht habt. Lass mich in Ruhe. Und das dürfte es. Jetzt mach ja keine Scheiße, du kleines Kackviech. Das ist es. Schön, erster Versuch. Und wir liegen auch in der Zeit. Vier Sterne in 20 Minuten, sechs Sterne in 30 oder ein bisschen mehr sollen es werden. Auch wenn Lila Münzen natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber sehr schön, das haben wir First Try geschafft. Aber ich denke, man hat trotzdem gesehen, warum das schwierig sein kann. Vor allem, als ich die Stage normal gespielt habe. So, Stage 3. Und hier kommt jetzt auch endlich mal der letzte Boss, den wir in Mario Galaxy 2 schon wieder getroffen haben. Der Dino-Piranha. Oh, fuck, fuck. Ja. Es ist nun mal der Feuer-Dino-Piranha. Das wissen wir. Jetzt müssen wir auch mal dahin. Zum Glück nicht mehr im Risikomodus. Das hatte ich auch schon, äh, hier ein bisschen mit Olaf diskutiert. Warum sie eigentlich, ach, scheiße, einmal von ihren Prinzipien abgef... Der Gegner hatte gerade Brain... Hallo? Wieso? Ist der unsterblich? Ja, verwankt. Ja, irgendwie schon. Warum hier, äh, einmal von den Prinzipien Abstand genommen wurde, dass Bosse Risikokometen sind. Man hätte ja auch einfach, äh, nicht dem Feuerkessel den Risikokometen geben können, sondern der Feuer-Piranha. Ich meine, das wäre vermutlich nicht einfacher gewesen, aber darum geht's auch nicht. Es geht ums Prinzip. Und das frage ich mich dann halt... So, diese Röhre sollen wir nehmen. Wir kommen damit wieder hier zu dem Ufo. Ach, diesmal muss ich hier alle Gegner besiegen. Wenn man hier nichts findet, kommt man da, denke ich, relativ schnell drauf, aber ein bisschen tricky ist es schon, da zu rallen. Wo lebt noch einer? Hier. Und da spawnt der Sternring. Wäre jetzt toll gewesen, wenn man nicht alle Gegner hätte besiegen müssen. Alter, dafür hat man jetzt einen großen Sternring gebraucht. Ich glaube übrigens, die Schweife, wenn die hier schon so rumfliegen, haben eine Hitbox. Aber an sich kein schwerer Planet, sondern eher so ein bisschen durchlaufen. Boah, die Stage ist aber auch länger, als ich im Kopf hatte. Boah, lass mich hoch. Warte vielleicht erstmal, wenn da eine Plattform kommt. Danke. Ich habe keine genaue Ahnung, wo die Dinger alle sind. Und... Ach, keine. Danke. Bin ich wieder oben. Da haben wir einmal hier. 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 Und wo ist das letzte? Und der Sternring mit oben spawnen. Genau. Dann warte ich hier mal eine Sekunde auf die Plattform. Die mich dann wieder dahin bringt. Die Stages sind alle relativ lang in der Galaxie. Und haben alle auf jeden Fall knifflige Ansätze. Aber das ist jetzt der letzte Planet vorm Bosskampf. Die hätten sich nicht aufwarten können. Ja, irgendwie schon. Diese Kuppel hat zwar keinen richtigen Boss, aber man kann Feuerpiranha schon ein bisschen so sehen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass auch ein Boss aus der Eierplanet-Galaxie im Maschinenraum... Hier gönne ich mir das sogar mal. Das ist auch ein Boss aus der Eierplanet-Galaxie. Habe ich schon einen? Ja, egal. Apropos, Tür zu. Stimmt. Da war ja einer auf dem Planet davor. Egal. Auf die Sterne. Wie viele war's? Man, äh... Äh... Nicht so viele. Ich weiß aber auch, dass ich, äh... Dass das, glaub ich, der einzige war, den ich benutzt hab. So. Wer den Boss nicht, äh, nicht gesehen hat in Mario Galaxy 2, ist wie der allererste Boss, den wir in diesem Spiel getroffen haben. Ähm... Nur... Hat er nur begrenzte Phasen, in denen man treffen kann. Ich weiß noch... Was ist im letzten Leben ein L-Bot? Ja. Ich weiß noch, Mario Galaxy 2 im Zeitkomet habe ich den eigentlich ziemlich dran bekommen. Nur das letzte Leben habe ich ein bisschen gesagt. So. Aber jetzt sind wir auch schon auf dem letzten Leben. Ähm... Ja. Ich glaube, das hat gut geklappt. Der Boss kann echt ein bisschen nerven. Vor allem am Ende, weil die Phasen relativ kurz sind. Aber... Wir haben ihn doch sehr zerstört. Noch krasser als in Galaxy 2. Jetzt war mir ernst. Das war gefühlt nicht mehr als, äh... Beim ersten Treffen, als das Ding noch nicht gebrannt hat. So. Und jetzt hoffen wir, dass der... äh... Lila Komet da ist. Damit wir Stern 119 holen können und in der nächsten Folge das Ganze hier entweder abschließen können. Außer man muss den Final Boss nochmal machen. Dann wird erst übernächste Folge das Ende. Da ist er. Aber es kommt gar nicht wie das Final Boss Level kostet zehn Minuten, ne? Na, aber es gibt noch die Credits und alles drum und dran. Für das Final Boss Level selber brauche ich keine zehn Minuten. Was denkst du, wie langsam ich spiele? Wie gesagt, äh... nur hier auf dem ersten Planeten sind die Dinger. Von daher ist es auch recht überschaubar. Nochmal relativ entspannt hier zum Ende. Anders als der Gomelluma-Stern. Der stinkt einfach nur. Hier, man kriegt hier sogar noch direkt einen Max-Kraft-Pilz geschenkt. Also... Das hier ist wirklich nicht gedacht, um schwer zu sein. Das ist auch wohl so ziemlich das Einfachste, was diese Galaxie zu bieten hat. Auch wenn... Auch wenn ich hier sagen muss, ich habe das Gefühl, ich habe die Galaxie echt sau einfach aussehen lassen. Ich habe Sternball komplett auseinander genommen. Ich habe ein Feuer-Piranha zerstört, als gäbe es kein Morgen mehr. Die hatten alle gar nichts zu sagen. Hier hatte ich ihnen auch etwas liegen lassen. Ja, wir haben auch schon jetzt ein Drittel der Münzen ungefähr. Wir gehen erstmal hier lang. Wo wir ein bisschen runder neigen müssen, um die zu holen. Für die müssen wir tatsächlich springen. Ob man es glaubt oder nicht. Na, jetzt geht auch nicht so krass runter. So, hier halt mit ein bisschen Vorsicht rangehen. Hier vor allem einen Moment abwarten. Dann kann man da eigentlich einfach langlaufen. Hallo, die Kamera ist wieder echt gönnerhaft. Wir sind auch schon auf 60 Münzen. Den schafft man relativ schnell. Oh, da habe ich ein bisschen das Intervall falsch eingeschätzt. Egal. Euch vergesse ich nicht nochmal. Da unten ist keiner echt. Ich hätte eigentlich gedacht, da wäre auch noch nah. Aber holen wir uns erstmal die ganzen. 70 haben wir. 30 fehlen noch. Und die sind vor allem hier beim Vulkan und beim Bereich direkt hier. Genau, wie gesagt vor allem, ich glaube eigentlich gefühlt nur noch ein paar sind noch da. Wenn man jetzt halt hier weiter gerade gehen würde eigentlich direkt. Was wir jetzt auch tun als nächstes. Ja, hier hat man ein bisschen wenig Platz. Was zur Hölle? Was ist denn das für eine Stelle? Ich sterbe noch. Und normale Münzen gibt es hier nirgends. Ich müsste zum Gegner da hinten. Den Sternring erreiche ich von hier aus nicht. Nein. Ich komme gleich wieder hier rüber. Gib mir ne Münze. Alter, rutsch nicht gleich wieder ab. Wir brauchen das Zeug. Da hinten schildert auch noch ne Münze. Sollte ich mir die holen? Oder erstmal gucken, ob hier eine drin ist. Ich glaube die letzten sind alle an derselben Stelle. Nämlich bei den Sternringen beim Vulkan. Im und am Vulkan halt. Alter, wie lang brauchst du um zu bremsen? Ich wollte eigentlich die Phase nur raus nutzen. Apropos einfach mal zur Sicherheit. Hier klebt nix mehr hinten. So, ab in den Vulkan. Wie viele haben jetzt hier am Rand des Vulkans geklebt. Das waren nicht drei, oder? Es sind drei. Es sind drei. Wo ist die letzte? Was ist da? Muss das jetzt echt sein? Wir hatten es gefilzt so oft, dass uns eine lila Münze gefehlt hat. In dem Game. Bei den Kometen. Ich habe ehrlich keine Ahnung, wo ich eine verpasst haben könnte. Alter, das ist natürlich ganz toll hier für den letzten lila Münzen Komet. Hier unten habe ich alles. Da sollte ich lieber aufpassen. Da ist der Feuerball. Hier habe ich auch nix liegen lassen. An sich hätte ich mir halt vorstellen können, dass hier noch irgendwo was ist. Ansonsten denke ich, entweder da hinten... Ne, wartet. Da habe ich gerade den Schatten gesehen. Ansonsten hätte ich noch gedacht, da hier, wo es eben hoch geht. Oder dass hier hinten oben an der Wand doch noch irgendwo was chillt, das ich übersehen habe. Aber nein. Wir haben alle 100 Münzen. Und Stern 119. Wenn euch dieser Part gefallen hat. Und diese Galaxie. Ich mag die Feuereruption. Es ist eine schöne Galaxie. Und ihr nicht verpassen wollt, wie wir nächstes Mal Stern 120 holen. Und vermutlich das Final Boss Rematch machen. Ich glaube zumindest, das müssen wir. So oder so noch. Dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst gern ein Like und ein Abo da. Bis dann. Und tschau.